Draußen. Leider ausgeben. Stadt. Sommer. Leider Netflix. Ich habe das tatsächlich durch einen Freund kennengelernt. Dann war ich hier beim Tagdorf in den Tieren und war sofort begeistert und habe mich dann dafür entschieden, weil das halt so vielfältig ist und breit gefächert und man dann nach dem Studium noch viele offene Wege hat. Anstrengend, vielfältig, aber auf jeden Fall interessant. Die Offenheit auch vor allem von den Dozenten und das ist ein bisschen anders als an anderen Universitäten, dass man halt auch den Kontakt zu den Dozenten hat und mit denen reden kann. Für meine deutschen Freunde sage ich dann halt einfach eigentlich, das ist so wie BWL, nur mit anderen Schwerpunkten auf Selbstständigkeit und mehr Finanzen. Die ganzen Praxisübungen, dass man nicht nur Theorie lernt und dann am Ende nicht weiß, wie man das dann in der Praxis anwendet, sondern dass man auch das dann direkt anwenden kann in den Praxisübungen, in Gruppenarbeiten und etc. Was die Menschen am besten weiterbringt, also was nicht nur etwas Unnötiges ist, sondern was einem wirklich weiterhelfen kann im Alltagsleben. Für jeden und nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe. Nicht so viel Stress machen und früh genug anfangen zu lernen für die Klausuren, sonst wird das am Ende alles zu viel. Das ist gut, ich tue. Untertitelung des ZDF, 2020